Hallo liebe YouTube-Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zwei Tipps an die Hand geben, wie ihr ganz einfach und simpel den Füllstand eurer Gasflaschen überprüfen könnt, damit euch beim Grillen nicht das Gas ausgeht. Gleich nach dem Intro geht's los. Das Schlimmste, was euch passieren kann, ist beim Grillen, dass euch das Gas ausgeht. Damit wir das verhindern, überprüfen wir einmal jetzt den Füllstand der Flaschen. Tipp Nummer eins ist, ihr nehmt kochend heißes Wasser und gießt das einmal über eure Flasche rüber. So, jetzt fühlt ihr einmal hier oben der Flasche entlang. Das ist jetzt natürlich richtig schön heiß, ich muss aufpassen. Heiß, 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 heißt, die Flasche ist leer. Jetzt fühlen wir bei der zweiten Flasche. Heiß, 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 oh, hier wird es ungefähr, ja, man merkt, man spürt das deutlich, hier wird es kalt. Das heißt, die Flasche ist ungefähr, ja, ein bisschen mehr als halb voll. Das war Tipp Nummer eins. Kommen wir nun zu Tipp Nummer zwei. Tipp Nummer zwei ist das Abwiegen der Flaschen. Ich demonstriere das hier mal an meinen beiden Propangasflaschen, einmal fünf Kilo, einmal elf Kilo. Im ersten Tipp haben wir ja festgestellt, dass die elf Kilo Flasche leer sein soll. Hier ist auch das Gewicht aufgedruckt, das Tare, also das Eigengewicht. Wollen wir die Flasche doch einmal abwiegen. Wie wir sehen, diese Flasche wiegt 10,1 Kilogramm. Heißt Eigengewicht. Bedeutet also, sie ist leer. Kommen wir nun zur fünf Kilo Flasche Nummer zwei, die gefühlt halb voll sein soll. Schauen wir mal. Hier bei der fünf Kilo Flasche hat die Waage ergeben 10,1. Abzüglich jetzt der 5,6 des Tare, also des Eigengewichtes, sind das also noch gut vier, gute vier Kilogramm, die an Gas hier drin sind. Ja, so einfach geht das. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesen beiden kleinen Tipps weiterhelfen und würde mich, wenn euch das Video gefallen hat, über einen Daumen und über ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video. Euer Alex. Ciao und viel Spaß beim Grillen.